Viele Forschende haben ein Dilemma. Sie wünschen sich wissenschaftlichen Erfolg und möchten an internationalen Konferenzen teilnehmen, Feldforschung auf anderen Kontinenten betreiben und Projekte mit Partnerinnen und Partnern weltweit lancieren. Häufig sind diese Aktivitäten mit Flugreisen verbunden. Andererseits ist den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bewusst, dass Flugreisen zum Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre beitragen und damit für den Klimawandel und seine Folgen mitverantwortlich sind. Wie kann dieses Dilemma gelöst werden? Wie kann die Wissenschaft ihre Verantwortung wahrnehmen und zum Netto-Null-Ziel beitragen? Im Projekt Flying Less haben wir als Herzstück eine Toolbox entwickelt. Sie unterstützt wissenschaftliche Einrichtungen mit Hintergrundinformationen, Checklisten, Methoden und Tipps bei der Flugreisenreduktion in ihrer Institution. Die Toolbox ist modular aufgebaut. Abhängig davon, wie weit die Institution das Thema Flugreisenreduktion bereits vorangetrieben hat, können aus der Toolbox die geeigneten Module ausgewählt werden. Modul 1 führt in die Idee der Toolbox ein. Eine entscheidende Wegmarke bildet Modul 2. Mithilfe einer Checkliste können die Einrichtungen ihre bisherige Arbeit zum Thema Flugreisenreduktion einordnen und anhand der geplanten nächsten Schritte ermitteln, welche Module besonders unterstützend sein können. Mithilfe der Checkliste in Modul 2 kann ein konkreter Implementierungsplan für die eigene Institution erarbeitet werden. Die Module 3 und 4 eröffnen die Möglichkeit, tiefer in thematische und methodische Hintergründe einzusteigen. Das Flying Less Team hat Informationen und Materialien zur Relevanz der Flugreisenreduktion, zu Reisegründen, Rahmenbedingungen, zu Erfolgsfaktoren und Stolpersteinen sowie zum Konzept der Suffizienz zusammengestellt. Partizipative Kulturwandelprojekte beruhen auf einer Balance aus Top-Down- und Bottom-Up-Aktionen. In Modul 4 finden sich Methoden und Werkzeuge zum Projektmanagement, Stakeholder-Management und zur Strategieentwicklung. Diese Tools helfen dabei, die verschiedenen Akteure und Handlungsebenen innerhalb der Institution wirkungsvoll miteinander ins Gespräch und ins Handeln zu bringen. Entweder nach dem Einsatz einer Auswahl aus den Modulen 3 und 4 oder auf direktem Weg von der Checkliste kommend, führt Modul 5 in die konkrete Umsetzung von Maßnahmen. Das letzte Modul 6 hilft dabei, den Prozess erfolgreich fortzusetzen, indem Tipps zur Vereinbarung nächster Schritte zur Verfügung gestellt werden. Die Toolbox ist evidenzbasiert und baut auf vielen Jahren Erfahrung auf. Sie ist ein wirksames Instrument zur Umsetzung des Flying Less-Mottos Erfolgreich forschen, weniger fliegen.